Das Silicon Valley ist fast ausgestorben. Aber wie ist das möglich? Das finden wir in diesem Video gemeinsam heraus. Seit einigen Jahren hat das Silicon Valley nämlich mit einer tiefen Krise zu kämpfen und die schwierigen Situationen häufen sich. Dabei war es lange Zeit ein Synonym für Macht. Für viele ist dieser begrenzte Raum im Süden der Bucht von San Francisco und Kalifornien ein Symbol für den industriellen Wandel. Das Silicon Valley ist eher das Herzstück einer industriellen Revolution dank einer Vielzahl von Unternehmen, die dort ihre Forschungszentren errichten. Das Silicon Valley steht für eine Kultur der Innovation, die eine einzigartige und kraftvolle Dynamik erzeugt. Das Ziel ist einfach, eine bessere Welt durch Technologie zu schaffen. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im Jahr 2023 war jedoch ein echter Wendepunkt. Ist die Innovation in Gefahr? Stehen wir vor einer beispiellosen Bankenkrise. Darüber hinaus spaltet sich der Silicon Valley insbesondere aufgrund der zunehmenden Bedeutung der künstlichen Intelligenz. Diese bahnbrechenden Innovationen bringen neue Herausforderungen mit sich und könnten dem Silicon Valley ein Comeback bescheren. Kann es denn wirklich verschwinden? Ist das Silicon Valley wirklich bereit für den Untergang? Das sind zumindest die Gerüchte, die über das Silicon Valley kursieren. Tatsächlich befindet sich das Silicon Valley in einer tiefen Krise. Die Tech-Giganten, die schon sehr lange im Silicon Valley ansässig sind, leiden unter der weltweiten Inflation. Sie sehen sich daher mit einer der größten Krisen ihrer Geschichte konfrontiert. Silicon Valley, dieser Name hat in der ganzen Welt schon immer als Tempel der Innovation und der neuen Technologien geklungen. Innerhalb weniger Jahrzehnte ist es zum Herzstück eines weltweit einzigartigen Ökosystems geworden. Einfacher ausgedrückt, im Silicon Valley finden sich unzählige Start-ups und Tech-Giganten, die mit mehreren Milliarden Dollar bewertet werden. Alles begann an der Stanford University. Junge Ingenieure werden von ihren Professoren dazu gedrängt, ihre eigenen Unternehmen zu gründen und alles auf Innovation zu setzen. HP wird das erste von vielen sein. Apple, Google, Cisco, Intel oder Meta wurden alle im berühmten Silicon Valley gegründet. Zwischen Entlassungen, dem Konkurs des Silicon Valley Bank und der Ankunft der KI hat das Tech-El Dorado mit ganzhaften Schwierigkeiten zu kämpfen. Dennoch blickt das Silicon Valley weiterhin in die Zukunft. Ab Herbst 2022 folgt eine Entlassung auf die andere. 12.000 bei Alphabet, 11.000 bei Meta, 10.000 bei Microsoft, 18.000 bei Amazon oder 3.700 bei Twitter. Die Ankündigungen häufen sich und lassen eins schwindelig werden. Es scheint, dass dies erst der Anfang vom Ende für das Silicon Valley ist. Das Jahr 2024 beginnt in der Tat sehr schlecht. Google plant unter anderem, sich von einer großen Anzahl von Mitarbeitern zu trennen. Laut mehreren Fachmedien und der New York Times plant das Unternehmen, sich von mehreren hundert Mitarbeitern zu trennen. Auf Seiten von Amazon spielt sich alles bei Streaming, Tochter, Prime Video und der Plattform Twitch ab. Nachdem der Tech-Gigant seine Belegschaft während der Gesundheitskrise verdoppelt hatte, sollten er nun 500 Stellen bzw. 35% seiner Belegschaft abbauen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon bereits zwei Entlassungswellen mit insgesamt 700 Stellen durchlaufen. Diese Entlassungen scheinen Vorboten eines weiteren schwarzen Jahres für das Silicon Valley zu sein. Die zahlreichen Tech-Giganten bemühen sich, ihre Strategien an die aktuelle wirtschaftliche und geopolitische Lage anzupassen. Darüber hinaus hatten einige Unternehmen nach der Pandemie ihre Wachstumsprognosen nach oben korrigiert. Sie hatten daher viele neue Mitarbeiter eingestellt. Infolgedessen sind sie nun gezwungen, Mitarbeiter zu entlassen und auf Einsparungen zu setzen. Darüber hinaus ist Silicon Valley immer wieder der Schauplatz von Dramen. Das jüngste Beispiel ist der Mord an Bob Lee, dem Gründer des mobilen Zahlungsdienstes Cash App. Er wurde am 4. April 2023 in der Innenstadt von San Francisco erstochen. Bob Lee, der als Genie des Silicon Valley beschrieben wird, war gerade einmal 43 Jahre alt und unterließ zwei Kinder. Im Jahr 2013 gründete er das Geldtransferunternehmen. Er wurde als Alternative zu herkömmlichen Bankdienstleistungen angepriesen und ermöglichte es den Nutzern, mithilfe ihres Handys Geld zu überweisen. Seit 2021 war Bob Lee der technische Leiter des Kryptowährungs-Startups MobileCoin. Aber was war wirklich passiert? Es war 2.30 Uhr morgens, als Überwachungskameras zeigten, wie Bob Lee auf den Straßen des noblen Stadtteils Winkin Hill aus einem Auto taumelte. Er selbst hatte den Notruf gewählt und behauptete, er sei erstochen worden und brauche Hilfe. Als die Rettungskräfte am Tatort eintrafen, war der Mann bewusstlos. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seine Verletzungen erlag. Polizeiquellen zufolge war ein Streit der Auslöser für den Angriff. Demnach kannte der Täter Bob Lee. Die beiden Männer sollen sich in einem Auto befunden haben, als es zu dem Angriff kam. Bei dem mutmaßlichen Mörder soll es sich um einen 38-jährigen Computeringenieur handeln. Er war Gründer seines Unternehmens für technische Lösungen und soll auch als Berater und Systemingenieur gearbeitet haben. Ist diese schreckliche Tragödie ein Spiegelbild des Niedergangs des Silicon Valley? Werden die Einwohner angesichts des Zusammenbruchs des Geschäftsmodells des Tech-Giganten verrückt? Wie dem auch sei, der Untergang der Silicon Valley Bank verheißt nichts Gutes für die Zukunft. Wie konnte so etwas passieren? Es war ein Erdbeben in der Finanzwelt. Die Silicon Valley Bank wurde im März dieses Jahres von den US-Behörden geschlossen. Diese Bank, die der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist, war auf die Finanzierung von Start-up-Unternehmen spezialisiert. Ende 2022 verfügte sie über Vermögenswerte in Höhe von 209 Milliarden US-Dollar und Einlagen in Höhe von rund 175,4 Milliarden US-Dollar. Es handelt sich also um die größte Bankenpleite in den USA seit der Finanzkrise von 2008. Wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, waren die Hauptkunden der Silicon Valley Bank Unternehmen aus der Tech-Branche. In letzter Zeit wollten die Unternehmen jedoch einen Teil ihres Bargelds zurückhaben. Die Bank war daher gezwungen, einen Teil der angesammelten Portfolios zu verkaufen. Da die Zinssätze wieder stiegen, musste die Bank große Verluste hinnehmen. So gelang es der Silicon Valley Bank nicht mehr, die massiven Abhebungen ihrer Kunden zu bewältigen. Außerdem waren ihre letzten Versuche, Geld zu beschaffen, erfolglos geblieben. Die Kunden verloren also das Vertrauen, das sie in die SVB gesetzt hatten. Auf den Märkten breitete sich rasch Panik aus. Die Befürchtungen über die Solidität des gesamten Bankensektors wurden immer größer, vor allem angesichts des raschen Anstiegs der Zinssätze. Um dieser katastrophalen Situation zu begegnen, nahmen die US-Behörden die Bank offiziell im Besitz. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank wirkt sich jedoch auch auf die Innovation aus, insbesondere auf Seiten der kleinen Technologieunternehmen. Viele Start-ups waren von der Bank abhängig, um Geld zu erhalten und ihr Wachstum zu unterstützen. Nach dem Wegfall dieser finanziellen Unterstützung stehen diese Unternehmen vor großen Herausforderungen, um ihre Geschäfte weiterführen zu können. Es besteht die Gefahr, dass sie ihr Wachstum einschränken oder sogar schließen müssen. Dies könnte dazu führen, dass weniger neue innovative Unternehmen auf den Markt kommen. Stehen wir also vor einer beispiellosen Bankenkrise? Experten geben sich beruhigend. Sie sind der Meinung, dass es keinen Grund zur Sorge um die amerikanischen und europäischen Banken gibt. Im Moment seien wir noch weit von der Finanzkrise von 2008 entfernt. Damals hatten die Behörden lange gezögert, bevor sie eingriffen. Heute wurde die Bedrohung sehr schnell ernst genommen. Während der Krise von 2008 war es für die Anleger aufgrund der Komplexität der Produkte ebenfalls schwierig, sich abzusichern. Dies ist seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die US-Bankenpleiten eine direkte Folge des Anstiegs des Referenzzinssatzes sind. Die aufkommenden Probleme im US-Finanzsystem dürften auch die Inflation behindern. Dennoch sehen sich die US-Banken weiteren Zinserhöhungen gegenüber. Wie wird sich diese Situation weiterentwickeln? Das werden wir in den kommenden Jahren wohl herausfinden. Angesichts dieser sich häufenden Schwierigkeiten spaltelt sich der Silicon Valley. Und der Aufstieg der KI macht die Sache nicht unbedingt besser. Seit ihrem Einzug in der Silicon Valley im Jahr 2010 spaltet die künstliche Intelligenz die Führungskräfte der Tech-Branche. Umso mehr als der Skandal um den Mitbegründer und Leiter von ChatGPT, Sam Altman, nicht gerade hilfreich war. Der Geschäftsmann wurde nämlich im November 2023 aus dem Unternehmen gedrängt, weil er in einigen seiner Gespräche mit dem Vorstand nicht offen genug war. Fast alle der 770 Angestellten drohten sogar damit, Sam Altman zu folgen, falls er seinen Job nicht wieder bekäme. Die Herausforderungen der Entwicklung von KI sind im Silicon Valley also besonders groß. Die künstliche Intelligenz stellt der Silicon Valley vor neue Herausforderungen. In der Tat bläst die KI der Tech-Branche einen optimistischen Wind entgegen. Die Schaffung von Systemen, die Aufgaben ausführen können, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, ist eine große Herausforderung. In der Zukunft soll ihr Einsatz viele Branchen verändern. Allerdings wird sie auch als eine echte Bedrohung für die Menschheit angesehen. Aufgrund ihrer Lernen und Entwicklungsfähigkeit könnte die KI eines Tages sogar den Menschen in mehreren Bereichen übertreffen. So könnten mehr als 300 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Gleichzeitig stellen sich die Menschen Fragen zur Privatsphäre, aber auch zu ihren persönlichen Daten. Dennoch hat die KI noch viele Fortschritte zu machen. Insbesondere kann sie trotz ihres harmlosen Äußeren in böswilliger Weise missbraucht werden. Im Moment besteht das Ziel darin, eine KI zu entwickeln, die sowohl gesund als auch ethisch vertretbar ist. Es stimmt, dass der Silicon Valley in den letzten Monaten weitgehend seinen Glanz verloren hat. Das Ende der kalifornischen Ideologie schien nahe, doch die KI dürfte ihr ein Comeback ermöglichen. Die Risikokapitalinvestitionen, die weltweit immer weiter zurückgingen, verzeichnen einen deutlichen Anstieg. Dies ist einzig und allein auf die Begeisterung von Unternehmen und Investoren für künstliche Intelligenz zurückzuführen. Eine Vielzahl von Start-ups wird rund um diese außergewöhnliche Innovation gegründet, die ständig an Bedeutung gewinnt. Es ist also offiziell. Die Tech-Akteure sind von der KI begeistert. Kann künstliche Intelligenz das Silicon Valley wirklich retten? Das Silicon Valley steht kurz vor dem Kollaps. Seit einiger Zeit häufen sich die Schwierigkeiten auf allen Ebenen. Die größte davon ist der Zusammenbruch des Silicon Valley Bank. Der Aufstieg der KI könnte die Lage jedoch ändern. Wie könnte angesichts der aktuellen Lage die Zukunft des Silicon Valley aussehen?